Beim Hauptgang passiert es. Der Dame fällt das Messer aus der Hose. Ach, aus der Hand. Der Dame hat kein Messer in der Hose. Während des Hauptgang ist, gleitet der Dame allerdings das Messer aus der Hand und es fliegt in hohem Bogen aus dem Fenster. Es stößt hinab und bleibt quasi... Hahaha! Beim Hauptgang gleitet ihnen das Messer aus der Hand. Nein, nicht ihnen. Der Frau, meine ich. Eicherschaft! Du hast einen Sitzen, oder? Ich habe langsam einen Sitzen. Sag mal, ist das ein Alkoholfreis?